Servus und herzlich willkommen bei ChefVlog. So, Weihnachten ist vorbei, die Feiertage sind überstanden. Es gab reichlich zu essen und es gab natürlich auch reichlich Geschenke. Und was jetzt wir, die Kinder, Doreen, ich, bekommen haben, das möchte ich euch jetzt zeigen. Deswegen drehe ich euch jetzt gleich mal um. So, ich habe euch mal umgedreht. Also hier haben wir unseren Weihnachtsbaum. Ja, so, dann fangen wir mal hier hinten an. Also, das hier ist so ein bisschen Tanjas Ecke. Ja, Lichtverhältnisse sind natürlich gerade nicht so eine Birner. Aber Tanja hat, ich fange mal hier an, ein Fahrrad bekommen. Ein bisschen was Größeres sozusagen. Dann hat sie einen Puppenwagen bekommen. Dann hat sie eine Wäschespinne bekommen. Hier vorne noch eine Waschmaschine dazu, Bügeleisen mit Bügelbrett. Also alles, was so das Frauenherz begehrt oder das Kinderherz begehrt. Weil als Frau wünscht man sich sowas, ich glaube nicht. Dann hat sie hier noch eine Tragetasche, so was sie so um den Bauch machen kann für die Puppi. Ein paar Klamotten für die Puppe sind dabei. Tanja hat Klamotten bekommen. Ja, ich glaube, das ist so der Großteil, was Tanja war. Aber auf der anderen Seite ist noch was. Hier hat sie noch das Spiel Kakala Loop als Gesellschaftsspiel. Also als Reisespiel und fressen Igelschokolade als Reisespiel. Dann hat sie hier noch so einen kleinen Teddy bekommen. Genau, ich glaube, dort hinten steht noch eins. Aber das kommen wir gleich dazu. So, dann hat Jonas, ich nehme das mal hier weg, hier ein ferngestautes Auto bekommen. Dann hat er ein Buch bekommen von, oh Gott, das war das Bügeleisen. Von Gravitrax noch einmal ein großes Set. Gravitrax, wer es nicht kennt, habe ich mal ein Video darüber gemacht. Eigentlich eine coole Murmelbahn. Eine coole, die man halt wirklich immer wieder erweitern kann. Ich verlinke euch mal das Video dazu irgendwo hier oben. So, dann hat er, was haben wir denn hier? Schauen wir mal hier, ein Spiel. Deck Escape. Das ist sehr cool, haben wir heute gespielt. Dann hat er von, äh, kriege ich das hier raus? Von Lego Technik. Ein Bagger bekommen. Der wird gerade da auf dem Tisch aufgebaut. Dann hat er hier, da kann man mit so einer, äh, ja, von diesem Kakala Loop gibt es auch das große Spiel. Da hat man dann eine Kakalake, die da drin rumfährt. Und das kann man hier auch. Also das ist so wie so eine, ich nenne es jetzt mal Murmelbahn. Das hat er bekommen. Dann hat er einen Roboter bekommen. Mal gucken, ob ich das alles hier vorkriege. Äh, einen Roboter. So. Ich hoffe, den, ne, sieht man nicht. Ich muss den auch mal vorholen. Äh, einen Roboter hat Jonas bekommen. Von Galeo, den kann man halt ein bisschen programmieren. Dann fährt er vorwärts, rückwärts, tanzt ein bisschen. Wie auch immer. Genau. So, hier ist nochmal das mit der, äh, wo die Kakalake reinkommt, wo die drin fahren kann. Da hat man halt dann, die fährt er hier dann die Wege hoch. Oder fährt von oben runter, wie auch immer. Auch recht cool. Dann hat er ein Buch bekommen. Land of Stories. Hier hat er noch Experimentenbuch bekommen. Dann hat er hier noch Was geschah wann bekommen. Ja, Süßigkeiten halt nicht. Hier ist nochmal der Bagger. Ein paar Klamotten, noch mehr Süßigkeiten. So, dann hat Tanja hier noch so ein, so ein Magic Pad bekommen. Ja, das leuchtet, kann man drauf malen. Alles gut. Dann haben hier beide Kinder nochmal das Spiel Menara bekommen. Da muss man irgendwie so ein Tempel aufbauen. Dann haben, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier vorkriege. Das ist nämlich hintergerutscht. Und Tanja hat noch Ballaballa bekommen. Das ist auch ein sehr cool Geschicklichkeitsspiel. Da muss man mit einem Stab Kugeln reinlegen. Hier, so sieht das aus. Und irgendwann rutschen die bunten Kugeln auseinander. Und dann fallen die ganzen Weißen runter. Das ist auch ein sehr cooles Spiel. So, dann kommen wir mal an die Ecke, die uns gehört. Lorraine hat ein Buch bekommen. Er hat eine Schokolade, ein Handtuch. Lorraine hat einen Wasserkocher bekommen. Hier sind so Süßigkeiten. Hier, Lorraine hat Lego bekommen. So, Lego Weihnachtsset wieder von ihr, was sie sammelt. Das hat sie auch schon aufgebaut. Das steht hier oben. So sieht das etwa aus. Ich habe einen Kompressor bekommen. Den hole ich jetzt aber nicht vor, weil der ist recht schwer. Ich denke, ihr wisst, was ein Kompressor ist. Tanja hat noch, hier hinten steht noch ein Zelt für draußen. Ein Spielzelt für draußen. Und dann hat Lorraine von mir noch einen, ich mache mal so, einen Stuhl bekommen. Einen Bürostuhl. Genau. Ja, das war's. Wir haben uns ja im Vorfeld noch den Nintendo Switch geholt gehabt, Lorraine und ich. Ja, aber wie gesagt, das war's. Ich denke, das reicht wieder. Es wollte wieder jeder was schenken. Ja, wie es halt immer so ist. Ich drehe euch nochmal rum. So, das war's, ja. Ich habe euch mal gezeigt, wie gesagt, was wir so Weihnachten alle bekommen haben. Vor allem die Kinder logischerweise. Genau. Das nächste Video, was ich drehen werde, wird wohl erst im neuen Jahr sein. Deswegen sage ich jetzt schon mal, rutsch gut ins neue Jahr. Habt eine gemeinsame, glückliche Zeit. Habt eine gemeinsame, glückliche Zeit. Habt eine glückliche, gemeinsame Zeit. So auch immer. Wir sehen uns im Jahr 2020 wieder. Ich hoffe, es kommen noch nächstes Jahr ein paar Abonnenten dazu. Wir haben jetzt die 1300 geknackt. Ich freue mich da mega drüber. Ja, ansonsten dürft ihr das Video natürlich gerne liken. Ihr dürft gerne ein Abo da lassen. Wie gesagt, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und ja, dann bleibt mir eigentlich noch zu sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.